Der Start gegeben, Topket, Vanata und an der Innenseite Fairy Wish. So kommen die Ferne das erste Mal jetzt hier in Richtung Bogen. Topket, Vanata, Fairy Wish, Shariar an der Aussenseite. Topket und Shariar übernehmen jetzt hier erst einmal die Spitze. Topket, Shariar, Vanata, Fairy Wish, Escapato, Los Angeles. Testa Diva und Win-Win am Schluss des Pferdes noch mit Jenny Langhardt. So kommen die Pferde das erste Mal auf die gerade im Preis der Rufalex Rollladensystem, Logistikzentrum Neuwiesen und Schniederagi. Das Feld angeführt von Shariar. Shariar mit Lucas Gutierrezser, Shariar, dann Topket mit Sally Langhardt, Vanata mit Pablo Werder, dann an der Innenseite Fairy Wish mit Karin Zwahlen und an deren Aussenseite Escapato mit Claudia Wendel. Dann Los Angeles mit Tim Bürgin, Testa Diva mit Naomi Heller und Win-Win. Hinten mit Jenny Langhardt, eine Lücke jetzt zu Win-Win, aber die schliesst sie. Und vorne ist Shariar in guter Pace mit Topket, Vanata zur Stelle, dann Escapato, Fairy Wish ist da, Los Angeles rückt jetzt ein bisschen auf. Aussen Testa Diva und Win-Win hat die Lücke leicht geschlossen und rückt sich jetzt etwas besser ins Bild im Bogen. Shariar, Shariar in guter Manier, Vanata an der Aussenseite. Shariar, Vanata und jetzt von ganz außen kommen Escapato und Testa Diva. Escapato und Testa Diva, Vanata in der Mitte, Shariar ganz innen und auch Win-Win ist da. Aber vorne ist es Vanata, Vanata und ganz außen jetzt Testa Diva und Escapato, Testa Diva und Escapato, Testa Diva und Escapato, innen kommt Win-Win, aber es ist Testa Diva vor Escapato, Win-Win, Vanata und Shariar in dieser Reihenfolge. Was für ein Rennen hier von Testa Diva, respektive Naomi Heller. Escapato, Win-Win, Vanata und dann Shariar. Super gemacht, im Einlauf war hier noch Vanata und Escapato und dann kommt sie mit einem riesen Rush an der Aussenseite, die Schimmelstute. Testa Diva vor Escapato und Win-Win. KOSPEL WDR WDR Vielen Dank.